Herzlich willkommen zu einer neuen folge und wahrscheinlich zur kürzesten folge vom let's collect format was es jemals geben wird und jemals gab ich habe die letzten die letzten zwei sticker im start milos degenek und isaku abdul fattabu isa haku jetzt habe ich richtig ausgewogen ghana und australien die letzten zwei mehr gibt es nicht also es gibt keine packs wir blättern jetzt einmal schön durch das album ich habe da sowieso noch weitere videos geplant und let's collect leute let's collect darf nicht aufhören ihr wisst es let's collect darf nicht aufhören seid gespannt auf morgen morgen 18 uhr geht es weiter geht es weiter mit stickern die wir so auch noch nie eingeklebt haben also ihr könnt jetzt mal vermuten ihr könnt schon mal rätseln aha was meinten der dünn ist da äquator senegal niederlande seht ja alles schön komplett so soll es sein so muss es sein saudi arabien mexiko polen frankreich und da haben wir australien mit der sechs milos degenek milos degenek mit der sechs zack rein da und somit sind auch die australier hier komplett dänemark tunesien spanien costa rica deutschland japan belgien kanada marokko kroatien brasilien oder das ist einfach ein geiles gefühl muss ich ehrlich sagen geiles gefühl hier durch zu blättern und da war die 19 fattabu fattabu komplett sagt ghana uruguay korea die timeline sticker und somit haben wir auch die orbex edition komplett und ich sehe gerade das ist ja komplett abgebrochen hier also das bricht mich jetzt nicht komplett alter das ist herausgebrochen da hinten was da passiert oh mein gott das hat mich jetzt so gebrochen das bricht mich ja komplett das kann auch nicht sein hier guckt euch mal was an ja was da so passiert oh mein gott oh mein gott ich habe ich muss noch ein zweites voll machen ich sag wie sie es ich muss noch ein zweites voll machen ich muss meine sticker sortieren die ich habe von der orbex edition und dann mache ich ein video so wie ich zur deutschen serie gemacht habe alles dicke einkleben alle orbex edition sticker einkleben irgendwie so ein video wird es geben aber kriege ich das noch irgendwie gefixt hier sieht es ja gut aus aber wenn ich das jetzt hier die letzte ach du kacke das habe ich noch gar nicht leute ich habe das vor der folge nicht gesehen ich habe das ich habe das jetzt in diesem augenblick das erste mal gesehen dass hier irgendwie was was nicht so schön ist ich sage ich ehrlich dass ich bin gerade komplett gebrochen ich sitze gerade im loch egal wir haben es voll wir haben das album voll ist halt jetzt auch nur diese seite hier aber kriegt man das irgendwie das muss so halt sein ich brauche da irgendwie ein sekunden kleber wenn das so ist dann geht es ja guck mal wenn das so ist dann ist das perfekt aber ich brauche irgendwie was hier unten da unten muss ein kleber rein zack zack und dann hält es wieder egal das album let's collect ist erstmal abgeschlossen der orbex edition ich habe da noch mehr an planung jetzt gerade wo ich das gesehen habe muss ich das noch mehr in angriff nehmen ich bedanke mich das war's für die heutige folge und ja lasst ein like dann bis zum nächsten mal tschüss